Das ist Part 4 in Paris und heute war ich beim Notre Dame. Und falls ihr es nicht wisst, hat die Kirche vor ein paar Jahren gebrannt und sehr viele Sachen in der Kirche sind zerstört worden. Zum Beispiel stand da früher ein Turm, aber den gibt es jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich beim Sack für Chur, aber erstmal muss ich diese Treppen hier hoch. Jetzt muss ich hier nochmal hoch. Ich wollte mir aber erstmal diese Aussicht hier anschauen. Hier gab es auch noch ein kleines Konzert. Und das ist das Sack für Chur. Dann habe ich mir noch einen Crepe geholt. Jetzt mache ich mich auf den Weg dorthin. Nun zeige ich euch, was ich dort gesehen habe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Danach sind wir mit diesem Aufzug zurückgefahren. Zum Schluss waren wir nochmal in der Galerie Lafayette. Das ist ein riesiges Kaufhaus mit bekannten Marken. Man konnte doch ganz oben aufs Dach und von hier aus kann man das Opernhaus sehen und den Eifelflug. Im nächsten Fahrt gehe ich ins Luf vom Museum, also lasst ihr meinen Leiter.